Das Programm Wasserforscher hat den Schülern und Schülerinnen und mir ausgesprochen viel Spaß gemacht. Das Schöne am Wasserforscherprogramm ist, dass man sehr vielfältige Dinge über Wasser lernen kann. Wir haben auch zu Hause schon Sparmaßnahmen entwickelt und das, was wir im Umweltkurs gemacht haben, also Wasserforscher, haben wir jetzt auch zu Hause fortgesetzt. Wenn wir das Wasser erstellen, haben wir erstmal eine Definition, die Menge Wasser, die in einem Produkt enthalten ist oder zu dessen Herstellungen verwendet wurde, zur Bewässerung, Reinigung und Kühlung. Wasserforscher! Wasserforscher! Wasserforscher!